Achso, ich muss ja mal aufpassen, gell? Hoi, ja, 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 ja. Also, wir schalten, ich hab doch. Ich bin viel zu weit immer von diesem Tank weg. Ich bin viel zufrieden. Nur, dass du da nicht so weit mal links kommst. Weil wenn du da links kommst, siehst du cool. Was sagst du hier immer so einfach? Ich hab überhaupt keinen Blick. Was machst du? Du! Hilfe! Nee, gar nichts. Kind, Kind, Kind. Das ist schon ein Schlechtänder. Doch, du spartst, gell? Was? Ruppelt. Das ist ein ganzer Leid, hast du es gesehen? Nee, da war jemand noch mal. Nee. Der hat's nicht geguckt, die Frau. Das ist ein ganzer Leid. Hast du es gesehen? Das hat schon mal Spaß, wenn man Gas geben kann. Aber, ich muss doch ja auch so vieles achten. Das ist ein ganzer Leid. Wer trefft ein, zwei Mal damit, dann geht das schon. Hä? Wer sagt, irgendwann machen wir ein paar Mal damit, dann geht das schon. Wie weit ich hier immer von dem Ding weg bin. Solange du nicht da drüben bist, auf der anderen Fahrbahnseite... Ich bin viel zu weit drüber. Ja. Also entweder fährst du hier wieder zurück, oder dann halt Richtung Landsflüchtner halt. Ja, ich fahr jetzt hier wieder. Zurück. Wie geht's, mein Kind? Hast du Angstzustände? Nee. Ich fahr ja auch nicht wirklich früh, oder? Fahr mal da nach einer Kaufharing, oder? Können wir ja. Ja. Schalten, wenn das da piepselt? Nein. So? Aber das kann man machen, ja. Ja. Jetzt sind wir schnell auf 160, 180, gell. Ich gucke da gar nicht hin. Weißt du, was mich nervt? Nee. Dass ich zu weit da drüben bin. Mach's doch so. Alles cool. Aber ich hab natürlich auch ein bisschen Müffe. Wenn ich jetzt zu weit da nach rechts komme, dass ich da auf diese Standstreifen vielleicht... Dann verstehst du schon, gell? Schau einfach nur, dass du in so eine Mitte fährst. Das passt dann schon. Oh. Oh, cool. Ha. Oh, wie ist das schönes? Hi! Oh, hat er immer die Krüste. Hä? Hat er immer die Krüste. Ja. Hast du schon mal geblitzt worden? Bis jetzt noch nicht. Oh, okay. Aber du kannst ja mal das erste Mal hier durchmachen. Nein, 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 nein. Aber hier blitzen sie auch eher selten, glaub ich. Ja. Okay. Jetzt wollen wir hier die...